So Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen und mit dem Protzen-Fahrzeug. Oh ja, da fuhren wir jetzt einmal. Ich muss mir das wiedergeben. Ich muss mir das wiedergeben. Bereit für die nächste Etappe der Konzeptfahrzeugsager? Ja, wenn ich das heil schaffe, ja, definitiv. Aber ich habe es schon, ich habe es schon. Und wie wir bereit sind, und wie. Und wie. Diesmal bei zwei ur-französischen Kult-Herstellern. Ich sage dir, wenn es ums Design geht, bringt dieses Land absolut erstaunliche Ideen hervor. Na, da bin ich gespannt. Na, da bin ich definitiv gespannt. Ah, Wahnsinn, Alter, Wahnsinn. Und wir hätten diesmal wunderschöne, unkonventionelle Autos für uns bereit. Zwei UFOs, die ein wenig Science-Fiction-Flair in die Playlist bringen. Was ich sowieso gesehen habe, ist, ich habe so das gewisse Gefühl, dass es auch die letzte Playlist sein könnte. Weil bei uns, also bei mir, stand schon mal im Hauptmenü 96% abgeschlossen. Also Playlist-technisch, glaube ich, Story-technisch, sollten wir es dann abgeschlossen haben. Aber mit den Herausforderungen und all das, was da alle, etc., bis die... Da brauchen wir eh 20 Jahre. Da haben wir schon Season 100. Da passt es eh. Was ist es, guys? Es ist Zeit, die dritte und finalen Partie unserer Dream Cars Tour. Und wir haben zwei große Sorgenen kommen direkt aus Frankreich. Diese sind die größte und unkonventionelle Konzept-Karzen ich noch nie gesehen habe. Es ist keine Frage, ob sie es. Are Sie bereit? All right, we've got what I call the most beautiful car in the world, the Renault Tresor and the super fierce Citroën GT. No matter which one you choose first, you're in for some serious fun. This is French Dreams. Boah, schwierige Wahl. Diesmal definitiv schwierige Wahl. Schwierige Auswahl, schwierige Auswahl. Erinnert mich aber auch irgendwie ein bisschen an James Bond. Ich weiß es nicht. Nein, nicht deppert. Aber es erinnert mich irgendwie vollerweise schon an James Bond. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir sind jetzt in der dritte Partie dieser Erfahrung. Und unsere Fahrer haben heute einen tollen Job gemacht. Das ist so, das ist so Wahnsinn, oder? Das ist so, oh Gott, es ist so zuwag. Das ist fast 20 Jahre, wie wir die irgendwas aufladen. Und wie ihr seht, die Antwort ist nichts außerhalb von unglaublich. Jetzt wäre es ja, wenn wir mal die ein oder andere stärkere Kurve haben, wie sich das Auto dann fährt. Ein bisschen Rutscherei, aber geht dazu, geht dazu. Aber sonst... Boah. War nicht immer so schlecht. Bremsen tut er gut. Bremsen tut er extrem gut. Ja, aber dafür kommt er leicht ins Rutschen. Ja, dafür kommt er halt relativ sehr, sehr leicht ins Rutschen. Aber bei dem Tempo ist er ja auch geil. Bei dem Tempo ist er ja auch geil. So ein bisschen Zeit. Hoppala, jetzt habe ich ein bisschen zu sehr auf die Zeit geachtet. Aber ja, finde ich gut. Finde ich extrem gut, dass wir mal gegen die Zeit fahren. Boah, gib bitte, scheiß dich nicht Arsch auf mein Loka, oder Puppala Loka. Es ist das, ich mache mir eh schon, okay. Es war einfach nur, puh, Beste. Perfekt. Außerdem ist das eine, wo ich natürlich schauen musste. Boah, aber trotzdem 7000. Das ist so ein Wackeln vor. Nur 7000. Also 7000, aber ein bisschen so gierig. Das waren es aber schon die ganze Zeit, wo der Playlist ist, finde ich ab und zu. Sehr gut, aber die Reise ist noch nicht richtig gere...